Hallo und willkommen zurück zum Basic-Video der Lernreihe zur Oberflächenberechnung von zusammengesetzten Körpern. Damit du bei diesem Video gut mitmachen kannst, brauchst du einen Stift, ein Blatt Papier für deine Rechnungen und einen Taschenrechner. An jenen Stellen, an denen du selbstständig Rechnungen durchführen sollst, wird rechts oben in der Ecke eine Sandor eingeblendet. Stoppe an diesen Stellen das Video und führe die Aufgabe selbstständig durch. Nütze die erste Pause jetzt gleich, um dir die nötigen Materialien für dieses Video zu holen. So, wir starten gleich mit der Hundehütte, die du schon aus dem Intro-Video kennst. Versuchen wir gemeinsam die Fläche der Hundehütte zu berechnen, die mit Farbe bemalt werden soll. Zur Erinnerung, die Eingangstüre in der Vorderseite wird auch angemalt und erst im Anschluss herausgeschnitten. Gehen wir die Begrenzungsflächen der Hundehütte genauso wie im Intro-Video durch. Zunächst werden zweimal die grün markierten Rechtecksflächen benötigt. Dazu muss der Flächeninhalt eines solchen Rechtecks, also 125 mal 70,5, mit 2 multipliziert werden. Somit erhält man den Flächeninhalt der beiden grün markierten Begrenzungsflächen. Weiter geht's mit den blau markierten Rechtecksflächen vorne und hinten. Um den Flächeninhalt beider blau markierter Rechtecksflächen zu erhalten, wird zunächst der Flächeninhalt eines blau markierten Rechtecks berechnet, also 80 mal 70,5 und anschließend mal 2 gerechnet. Es sind ja auch insgesamt zwei blau markierte Flächen. Ebenso werden die beiden rot markierten, rechteckigen Dachflächen der Hundehütte bemalt. Diese beiden Flächen erhält man, indem man 125 mal 56,6 für eine Dachfläche rechnet und anschließend das Ergebnis mit 2 multipliziert. Zu guter Letzt werden noch die gelb markierten, rechtwinkeligen Dreiecksflächen benötigt. Da der Flächeninhalt eines rechtwinkeligen Dreiecks mit a mal b dividiert durch 2 berechnet wird, erhält man den Flächeninhalt beider gelb markierter rechtwinkeliger Dreiecksflächen durch 2 mal 56,6 mal 56,6 dividiert durch 2. Nimm jetzt deinen Taschenrechner zur Hand und berechne, wie groß die Fläche der Hundehütte ist, die bemalt wird. Rechne dein Ergebnis anschließend in Quadratmeter um und runde auf 2 Nachkommastellen. Sehr gut! Es werden insgesamt ca. 4,63 Quadratmeter Farbe benötigt. Falls dir das Ganze zu schnell gegangen ist, pausiere jetzt das Video und spule es noch einmal zurück. Gehe anschließend die Berechnung mit mir noch einmal durch. Ein weiteres Beispiel für die Oberflächenberechnung von zusammengesetzten Körpern ist mir als Praktikant letzten Sommer auf der Baustelle begegnet. Um meinen Stahlträger vor Verrostung zu schützen, musste ich diesen mit einem Speziallack ansprühen. Um herauszufinden, wie viel Lack ich dafür besorgen musste, habe ich mir die Oberfläche des Stahlträgers berechnet. Jetzt bist du aber mal selbst dran. Stoppe beim Sanduhrsymbol das Video und berechne dir die gesamte Oberfläche des Stahlträgers. Achte dabei auf die Einheiten und gib dein Ergebnis in Quadratmeter an. Sehr gut. Gehen wir nun die Oberflächenberechnung gemeinsam durch. Zunächst habe ich mich dafür entschieden, alle Einheiten in Zentimeter umzurechnen. 1,2 Meter sind 120 Zentimeter. Die Rechtecksfläche unten kommt nur einmal vor. Also wird dafür 70 mal 120 gerechnet. Die grau markierten Flächen vorne und hinten kommen zweimal vor. Also 2 mal 70 mal 10. Die jetzt grau markierten Rechtecksflächen kommen dreimal vor. Also 120 mal 10 mal 3. Anschließend rechnen wir zur gesamten Oberfläche die jetzt grau markierten Flächen dazu. Also 30 mal 10 mal 2. Zu guter Letzt kommen die Rechtecksflächen 30 mal 120 viermal vor. Rechnen wir diese noch zur gesamten Oberfläche und geben die einzelnen Rechnungen in den Taschenrechner ein, erhält man eine gesamte Oberfläche von 28.400 Quadratzentimetern. Daher wird für den Stahlträger Lack für 28.400 Quadratzentimeter oder 2,84 Quadratmeter benötigt. Es kann sein, dass du die Oberfläche korrekt berechnet hast, aber dein Lösungsweg nicht so wie mein Lösungsvorschlag ausschaut. Aber warum? Dazu vergleichen wir zwei mögliche Zerlegungen der Vorderseite des Trägers. Wir können die Vorderseite des Trägers von oben nach unten teilen. Somit erhält man eine jetzt grau markierte Rechtecksfläche und zwei jetzt grau markierte Rechtecksflächen links und rechts davon. Insgesamt erhält man eine Fläche von 1000 Quadratzentimetern. Man könnte die Vorderseite gedanklich auch von links nach rechts teilen. Bei dieser Teilung erhält man eine jetzt grau markierte Rechtecksfläche und eine jetzt grau markierte Rechtecksfläche. In Summe erhält man jedoch genauso wie bei der ersten Zerlegung einen Flächeninhalt der Vorderseite von 1000 Quadratzentimetern. Du siehst also, dass meine Zerlegung nur eine mögliche Oberflächenzerlegung des Trägers war. Oft gibt es viele verschiedene Arten, mit denen du die korrekte Oberfläche erhältst. Teile den zusammengesetzten Körper in Zukunft so, dass du eine möglichst einfache Oberflächenberechnung erhältst. Für dieses Video war es das auch schon wieder. Im kommenden Mastery Video werden wir uns mit weiteren Oberflächenberechnungen von zusammengesetzten Körpern beschäftigen. Übung macht bekanntlich den Meister. Irgendwann musst du gar nicht mehr allzu viel nachdenken, dann geht das von alleine. Ich hoffe, du konntest was lernen und wir sehen uns beim Mastery Video wieder. Bis bald!